Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 versucht in dieser Woche einen wichtigen Widerstandsbereich zu durchbrechen. Dies ist allerdings nicht der erste Test. Im Dezember hat es da eine scharfe Umkehr gegeben. Das und mehr wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. Den Risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir direkt rüber in die X-Station und schauen uns mal die Lage beim S&P 500 an. Der S&P 500 versucht das 61,8% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung zu durchbrechen. In der Mitte vom Dezember hatte es an diesem Bereich eine sehr scharfe Umkehr gegeben. Erst der Ausbruch nach oben, der Fehlausbruch und dann die Gewinnabgaben. Die Bullen scheinen hier also nicht knocker zu lassen, aber ob es einen Richtungswechsel gibt im großen Bild, das würde sich erst hier oben am Augusthoch entscheiden. Gehen wir mal rüber zum Volatilitätsindex, der die implizite, also die zu erwartende Volatilität misst am Optionsmarkt. Und hier sehen wir eine klare Tendenz, nämlich seit Oktober fällt der Volatilitätsindex und ist eben auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt im Bereich der 20er Marke. Schauen wir mal auf die Anleihepreise. Hier die T-Note. Die Anleihepreise sind seit Oktober 2022 gestiegen und bei der Erholung wurde das 50% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung erreicht. Das 50% Retracement findete in der Vorwoche eine weitere Erholung. Steigen die Anleihepreise, dann fallen die Anleiherenditen und das ist ein wichtiger Faktor für Aktien, vor allem den Tech-Sektor. Das war es für heute. Eine ausführliche Analyse gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.